In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein iPad selbst zurücksetzen kannst, wenn du beispielsweise deinen Entsperrcode mehrmals falsch eingegeben hast. Manchmal kannst du dein iPad nicht mit Touch-ID entsperren, sondern du musst deinen Code eingeben. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn du dein iPad neu gestartet hast. Nun kann es allerdings passieren, dass du deinen Code vergessen hast oder den Code falsch eingegeben hast. Je nachdem, wie oft du den Code bereits falsch eingegeben hast, erhältst du die Meldung iPad ist deaktiviert, in 15 Minuten erneut versuchen oder iPad ist nicht verfügbar, in 15 Minuten erneut versuchen oder wenn du den Code dann wirklich zu oft falsch eingegeben hast, erhältst du die Meldung iPad nicht verfügbar und du hast keine Möglichkeit mehr, den Code einzugeben. Ist dies der Fall, gibt es allerdings eine Lösung. Zuerst musst du dein iPad ausschalten. Hältst du dein iPad im Hochformat, drückst du länger oben rechts auf den Ausschalter, bis der Schieberegler zum Ausschalten erscheint. Diesen Schieberegler schiebst du nach rechts und dein iPad ist ausgeschalten. Als nächstes benötigst du nun ein Kabel, um dein iPad mit einem Computer zu verbinden. Mit deinem iPad mitgeliefert wurde dieses Ladekabel, das du hier siehst, ein Lightning auf USB-C Kabel. Hat dein Computer allerdings keinen USB-C Anschluss, sondern nur einen herkömmlichen USB-A Anschluss, benötigst du dieses Kabel. Dieses wird mit deinem iPad nicht mitgeliefert. Hast du nun ein passendes Kabel gefunden, drückst du bei ausgeschaltenem iPad auf den Homebutton und hältst den Homebutton gedrückt. Danach hältst du den Homebutton weitergedrückt, nimmst dein Kabel und steckst das Kabel ein, während du den Homebutton weiterhin gedrückt hältst. Nach einiger Zeit siehst du nun das Apple-Logo erscheinen. Du hältst den Homebutton bitte weiterhin gedrückt. Sobald du diesen Bildschirm siehst, hast du den Wiederherstellungsmodus erreicht und du kannst den Homebutton loslassen. Je nachdem, ob du dein iPad nun mit einem Mac-Computer oder mit einem Windows-PC verbunden hast, siehst du unterschiedliche Fenster. Auf einem Mac brauchst du keine zusätzliche Software, dein iPad wird automatisch vom Finder erkannt und du siehst dann dieses Fenster und bekommst hier die Möglichkeit, dein iPad wiederherzustellen. Klickst du auf Wiederherstellen, wird eventuell noch die aktuellste Version des iPad-Betriebssystems geladen und dein iPad wird wiederhergestellt. Unter Windows musst du, bevor du dein iPad anschließt, iTunes auf deinem Windows-PC installieren und iTunes auch starten. Achte darauf, dass du die aktuellste Version von iTunes verwendest. Sobald dein iPad dann mit deinem Windows-PC verbunden ist, siehst du dieses Fenster und du kannst dein iPad wiederherstellen. Auch unter Windows kann es sein, dass zuerst das Betriebssystem des iPads geladen wird und dieses im Zuge der Wiederherstellung auch aktualisiert wird. Folge dann den Anweisungen auf deinem Bildschirm und nach einiger Zeit sollte dein iPad wiederhergestellt sein und du siehst, dass es neu startet. Während es neu startet, lass es bitte noch mit deinem Computer oder mit deinem Mac verbunden und erst wenn du vom Hello-Bildschirm begrüßt wirst, kannst du den Lightning-Stecker von deinem iPad wieder entfernen. Führe danach die Ersteinrichtung durch, wie ich sie dir in diesem iPad-Kurs in Video 1 gezeigt habe. Während diese Ersteinrichtung wirst du wieder aufgefordert, einen Code anzulegen. Bei dieser Ersteinrichtung merke dir deinen Code diesmal wirklich gut, damit du dein iPad nicht wieder sofort wiederherstellen musst. Ist die Ersteinrichtung geschafft, kannst du nun wieder auf dein iPad zugreifen und ich hoffe, dass du in Zukunft kein Problem mehr haben wirst, dein iPad mit deinem Code zu entsperren. Das ist die Ersteinrichtung für die Ersteinrichtung für die Ersteinrichtung.